Redet mit mir! Fisch von unserem Hof auf euren Tisch. Beste Kogelwälder Vollwertkost. Dankt euch natürlich. Bleibt gut drauf! Schön euch zu sehen. Hohoho, hallo! Die Goblins haben mir gesagt, dass ihr in dieser Feiertagszeit ein besonderes Geschenk verdient habt und ich freue mich, es euch überreichen zu dürfen. Bitte schön, ich wünsche euch für dieses Jahr und für alle kommenden Jahre ein wunderbares Winterhauchfest. Mögen eure Reisen sicher sein!